zack wo ist schwo sind strom und wasser gibt es nicht das sieht nach einer kaltung aus ich guck mal mit sympathie karte das war knapp du was war knapp ich habe nur noch acht hat nur noch 8.986 geld und für den kraftwerk 8000 das wird es da hinsetzen sie ist ihr eine wunde ich brauche mitten mitten ins mitten ins gebiet drohende finanzprobleme doch keine finanzprobleme ich soll nur endlich alle einziehen steuern erhöhen immer geld steuern habe ich auf 9 prozent warum ach stimmt ich habe für die ganze region gibt es jetzt die ganzen gebiete und so etwas für die ganze region gibt es ja jetzt finanzabteilung ab was kann ich mir nicht leisten ich mache minus in der stunde ich glaube ich muss einen krediter aufnehmen 100.000 ich habe null einwohner kommt schon ziemlich zieht ein ich hab nix da so viel mach mal zeit auf drei dann geht es schneller ja aber dann ruckelt so ein bisschen ich finde so letztlich angenehmer spielen was ist die einziehen doch dann warte ich mal weisen sie und bitte ausführen und weiter also lol auf drei hat mehr fps haben wir geil junge ich exportiere treibstoff und trotzdem habe ich voll treibstoff ich hab drei öl raffinerin ja ich glaube ich baue ne kläranlage hin kannst du mir jetzt geld schicken oder ich hab noch kein rathaus gebaut scheiße das ist doch somit unendlich wasser dann stehe ich das mal direkt gegenüber hin ich habe zu viel industrie in der stadt weil hier überall ist der boden verseucht so wir haben wasser neben strom und wir haben wasser gleich auch ja jetzt haben wir auch wasser ok das ist ein blau ist das da was ist gar kein arbeitslosigkeit ich brauche ja kein update wie ihr update für ein rathaus oder gemeinde haus zu wenig platz zum vergeben sie einen stadtnamen danke gerade moment noch nicht ist wenn er nicht danach ja sagen wir mag noch nicht strom 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 um kein platz dafür das ist natürlich nicht so gut zu wenig million dann zieht eine zahl steuern das gute ist ja das mache ich auch schon weniger minus also jetzt bin ich nur noch bei 300 minus bleib unten schuld schürferblick ich habe noch gar kein stadtnamen und hier oben ladestation ich habe eine sympathierate von 91 prozent nein ich baue jetzt noch kein schienennetz danke oder nur durch das könnte ich machen müsste ich ja hier das machen und dann müsste ich auf andacht gehen dann müsste ich auf kultstädte kirche direkt neben dem wind kraftwerk würde ich sagen was nichts hat nur gesagt was soll ich eine moschee bauen die normale kirche die wird die wird mehr besucht zumindest bei mir ich habe den modernen tempel und die normale kirche und die normale kirche hat bei mir gestern gehabt 160 besucher und die der modernen tempel 2 stellte einfach direkt gegenüber nein ich habe die bisschen auseinander gestellt nur direkt gegenüber kann es auch nur einen aufstellen ich habe beide jetzt kostet ja eh nichts ganz genau arbeitslosigkeit was eine schade muss ich jetzt sofort arbeit schaffen als mein cousin bei mir war der wollte unbedingt krise 3 spiel aber wenn man eine mission wiederholen will wird der spielstand zurückgesetzt das ist ja gammig oh ja deswegen werde ich dafür bezogen das durch und dann können wir meinetwegen mission wiederholen bis er stirbt so jetzt heißt kann ich hier ein weiteres als kann ich ein 90 prozent upgrade machen junge nice man sieht den swimming pool oder den aussichtsturm oder den party flügel oder den heli lande platz ich weiß nicht ein bürgermeister hat es nie einfach deswegen brauchen sie mindestens 18 stunden am tag um sich am swimming pool zu entspannen sie sind ja auch nur ein menschen kraft 3 spielhalle petitionsbogen und zu nehmen wir konnten wir wollen erst mal greide ich vielleicht mein kraftwerk die aussichtsturm überblicken sie die stadt von einer relativ sicheren position auf dem aussichtsturm ihres hauses dann braucht ein bürgermeister aussichtsturm ein schild für das windkraftwerk ein party flügel manchmal muss ein bürgermeister auch einfach mal die sau auslasten schmeißen sie will der partys mit den elitistens der stadt ich will mich dann auf zehn prozent das ist das zu tun das ist ein bisschen komm schon gibt mir das geld meines sieben nun kommen das vor allem und nun was du willst du nun du kannst kannst du auch schon abbrechen diskussion ja ich weiß nicht was ich nehmen mache ich ich krieg muss ich krieg 1000 simuleons wenn ich ein großprojekt starte das lohnt sich voll total jungen arbeitslos ich habe sogar ein gewächshaus hingebaut und den garage für die limousine und die garage für den sportwagen und das gästehaus und den tennisplatz mehr powers sorgt über 100 gibt 100 gläubige an einem tag die veranstaltung der kult stelle zu kriegen wir dafür geld kirchensteuern krieg nein du kriegst dafür wie heißen das Prozent zufrieden hat okay ich kann diesen komischen erstes in party flügel kann ich gar nicht baum ist das denn oh Jan kann kein party flügel bauen warum denn nicht weil der nun nicht passt ach so er kommt jetzt das problem ist das denn ein also habe ich den verkackten balkon hingebaut so kann ich den altar alter jungen so jetzt so das wäre von der straße das heißt der ritter schon nicht jetzt in den kursen balkon hier abreißen jetzt sind und den hier vorne hinsetzen warum geht das nicht auf der wasser auf der strafe und frage ich für die erge für die zufriedenheit runter alter jungen es geht gar nicht klar das problem ist das geht ja jetzt dieses neue straßen update ja so es gibt ja das ist ja eine gammelige brücke es gibt ja dieses neue straßen upgrade ich verstehe das mit den tunnel nicht das hat bei mir habe ich noch nie hingekriegt habe ich nicht muss einfach nur tief genug senken ja noch weiter als zu großer neigungswinkel geht wohl nicht keine ahnung okay da sind leute da sind leute wo ist meine grundschule die wird nicht besucht nur so viel als eine folge aufgenommen muss man sich immer im hintergrund das ist eine folge mit aufgenommen als in ihrer verkackten straße steht so ein ding die scheiße sind die teile einfach an jede unmögliche ecke ein bisschen hinbauen und dann ob wirklich das leben hier in schürfer blick das hier ist eine lebendige vielfältige stadt es gibt da etwas was mir noch fehlt ein spirituell noch wie ein tempel eine kirche eine maschine oder einen modernen tempel aber ich doch wenn sie uns helfen wird der größte schöpfer die sich mit wohl wollen betrachten riecht auch was ja 1000 ja habe ich ich habe eine kultstätte aufgebaut dann kriegst du die 1000 jetzt für lau ein da gibt mir die 1000 ich weil er weil ich eine kultstätte aufgebaut weißt du wachs ich reiß einfach die kirche ab oh gott nein das steht doch dran lieber keine kirche aufreißen ja ich wollte für begleich einen nein tornado wollte mich morgen wollte mich morgen ja und es war gott junge ernsthaft gut möglich aber die aber der fahrt genau zwischen meinen zwei tempeln dadurch wer eben die tempel zum heiligen drüben konnten konnten ob da wird nur betracht ich will ich will es jetzt testen ich will es wenn ich die kirche noch mal abreißen was dann passiert geil geil tschuldigung was nein hast du noch ein tornado nein der tornado hat mir schon gereicht scheiße ich plane die kirche noch mal das war eine warnung gottes noch mal die kirche planieren jetzt passiert nichts oder passiert aber noch nichts es passiert nichts es passiert nichts wahrscheinlich braucht es ein bisschen um seine kraft zu sammeln ja jetzt erst mal das war lustig werden in einer reihe werden alle alle werden sind böse also sauer ja und dann als ich wieder eingebaut alle wieder glücklich natürlich junge aber so in einer reihe auch noch arbeitslosigkeit scheiß auf arbeitslosigkeit wenn es nur um das noch ich brauche ich freue mich nicht verschmutzt nun Loll die da vorne seriously die welche von denen hat die hier okay sagt das doch das ausschalten weniger teure bis hin s doch nicht eine flerte eine viel teuer rechte den freund so ja jetzt wieder lässt die Fülle an der Töne über 30 ja verkehrt mache ich was dann macht verkehr nur der brennt ja lichter lo trotzdem es gibt alle lebens und stoppen perfekt perfekt ja ein ganzes ich mache keinen das machst du keinen das habe ich schon wieder vergessen oder sammeln was hast du gesagt wenn sie will es dann bürgermeister will da hatte ich uns 9 also der einschnitt ist 9 ja dann wahrscheinlich 14 oder so ja 14 genau ja sammeln ist voller pro boah ich nächste woche wieder schule medizinisches wunder stellen sie ein krankhaus auf den bahn und sie an einem tag 200 krank ist es ja ok sammeln wollte ich irgendwas sagen wollte ich das ich hab gesagt oh armer jan also ja ich weiß zu wenigsten mir lehren es ist nur lehren gar nicht es geht nicht so es zeigt Milchstadt und das doch mal wegen mir fehlt auch 24 sie mal lehren es dann kann ich mir was kaufen ab alle meinen Müller und nun geben ihre Geld als 1,2 Millionen ja gut ich bin immer noch nicht erster angefangen wir müssen und sich der vielleicht eine Million 10 Tote pro Tag das ist doch normal 16 Millionen zumal er uns in unserer Religion Regierer aber welcher welche bis jetzt Schürferblick oder Goldschürferblick bei mir hast du Schürferblick noch nicht verlassen Schürferblick